So, jetzt klappt's. Irgendwie hat mein iPhone 10 es nicht hingekriegt, hier meinen Livestream zu starten. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich sehr wenig Datenvolumen übrig habe und irgendwie gab es da irgendwie ein Problem. Jetzt machen wir das mal so. Ich bin ja über den Mond angekommen und es waren alle Stalls besetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und da sind mal 4, also 12 Stalls. Ich wollte euch das mal zeigen, deshalb bin ich auch live gegangen. Eigentlich anstelle Mittagessen gehe ich jetzt live. Ich muss mal gucken, wo ich noch was zu essen kriege. Jetzt gehen wir mal hier durch. Ich habe noch nie so viele Teslas gesehen auf einem Platz. Also hier steht jetzt einer, der lädt nicht. Und jetzt geht's los. Ich laufe jetzt mal hier so rückwärts. Vielleicht kann ich auch noch mal das Bild drehen. Warte mal, vielleicht das noch mal. So, ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Guckt euch das mal an. Und zwar, ich habe hier eben mit den Leuten gesprochen. Also übrigens meiner, ziemlich schmutzig. Ich habe eben noch eine schöne Aufnahme gemacht. Musste da ins Feld fahren. So sieht es aus. Hier ist jetzt mal 1 doll frei. Ups, mein Mikrofon. Aber jetzt schaut mal hier. Ist das nicht der Wahnsinn? Ah, ist wieder einer frei. Ah, sind wir weggefahren jetzt. Und zwar ist das eine private Veranstaltung von einem Vermieter. Die fahren ja alle mit gemieteten Autos rum und machen eine Rallye. Da ist auch wieder 2 weggefahren. Okay. Also ich habe schon wieder den High Noon verpasst hier, weil ich technische Probleme hatte. Aber es ist trotzdem noch sehr eindrucksvoll. Laufen wir nochmal hier entlang. Guckt mal. Model X 90D schwarz, Model S 75D schwarz, Model XP 90D schwarz, Model X 100D schwarz, Model S 85D schmutzig, ein sauberes Model, aber mit dem habe ich gesprochen, Model S 100D und ein roter 85er aus Belgien. Wow. Und die 85er hier, also der hier, der wartet noch auf seinen Kollegen. Der fährt einen Roadster und der soll jetzt gleich kommen. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal rein, ein bisschen was essen. Und der zeigt mir eine schwache Verbindung hier. So. Das wollte ich noch kurz gezeigt haben. Ich kriege jetzt auch Gott sei Dank wieder etwas mehr Saft. Eben war das ganz schwach. Und ja, so schwach wie die Verbindung, die ich gerade habe. Also sorry dafür. Aber ich wollte es einfach mal euch gezeigt haben, was hier so los ist. Und ich gehe jetzt mal essen. Wieder schwache Verbindung. Dann gehe ich vielleicht nachher nochmal online. Mal gucken, ob ich das hinkriege, wenn ich vielleicht im Hotel drin bin. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.